Jens Hendrik Jensen, Ochsen, Lupus, aus dem Dänischen von Friederike Buchinger, gelesen von Dietmar Wunder, Produktion, der Audio Verlag. Sichtbarer Atem stieg aus dem Mund des Mannes, und sein verschwitzter Körper dampfte. Es war klirrend kalt, er stand eingehüllt in eine Nebelwolke da, blau-weiß wie das Licht, das von seinem Kopf nach unten strahlte. Als er eine Pause machte und sich aufrichtete, fiel der Lichtschein auch auf sein faltiges Gesicht. Er fuhr sich mit dem Arm über die Stirn, seine groben Hände stützten sich auf den Griff des Spatens, und er lehnte sich leicht nach vorn, bis sein Atem sich beruhigt hatte. Er war zwar kein Jungspund mehr, aber er konnte immer noch hart arbeiten. Dicht an dicht standen die Stämme der Kiefern um ihn herum, wie stumme Zeugen, die nie ein Wort über sein Verbrechen verlieren würden. Und nicht mehr lang, dann war er weg und würde nie wiederkommen. Er schuftete schon eine ganze Weile. Zum Glück war der Frost noch nicht in den Waldboden eingedrungen, den er sorgfältig abgeschritten war, bevor er angefangen hatte. Jetzt stand er in einer Grube, die so tief war, dass er fast bis zur Hüfte darin verschwand. Moment. Nur noch fünf Minuten. Er holte ein paar Mal tief Luft, was seinen heftigen Hustenanfall auslöste. Er rückte die Stirnlampe zurecht, bis sie ihn nicht mehr störte. Dann legte er wieder los. Er schaufelte die Erde nach links und rechts auf die beiden Planen, die er mitgebracht hatte, weil er ein vorsichtiger Mann war, der nicht mehr Spuren hinterlassen wollte als unbedingt nötig. Auch dass er so tief grub, war seiner Vorsicht geschuldet. Man sah es ja oft genug in diesen amerikanischen Fernsehserien, wenn es um die Arbeit der Kriminaltechniker ging, dass nach etlichen Jahren plötzlich Knochen aus der Erde ragten oder dass wilde Tiere Witterung aufnahmen und Geheimnisse aus dem Waldboden scharrten. Das würde ihm nicht passieren. Als er einigermaßen zufrieden war, kletterte er aus der Grube, legte den Spaten beiseite und überlegte das weitere Vorgehen, während er verschnaufte. Er ging zu dem großen länglichen Bündel, das ordentlich eingewickelt und sorgsam verschnürt war. Dann griff er nach den Beinen und fing an zu ziehen. Das Bündel war schwer, aber die Plane glitt leicht über den Waldboden bis an die vordere Schmalseite des Grabs. Vorsichtig, mit Rücksicht auf seine alten und jetzt auch müden Beine stieg er zurück in die Grube, packte das Bündel, nahm alle Kraft zusammen und zog. Kurz darauf war es geschafft. Besser hätte man es nicht machen können. Diesmal durchfuhr ein stechender Schmerz ein Knie, als er wieder nach oben kletterte. Er brauchte jetzt endlich eine Kippe. Die hatte er sich wirklich verdient. Erschöpft angelte er eine Zigarette aus der Schachtel, steckte sie an, inhalierte gierig den ersten Zug und atmete aus. Die Rauchwolke war genauso weiß wie sein warmer Atem. Er zog ein zweites Mal an der Zigarette, ein großartiges Gefühl nach der harten Arbeit. Leider war es nach ein paar Zügen schon wieder vorbei. Er drückte die Zigarette an seiner Stiefelsohle aus und steckte den Stummel in seine Jackentasche. Es wäre mehr als dämlich gewesen, eine DNA-Spur zu hinterlassen, wenn man sich mit dem ganzen Rest solche Mühe gegeben hatte. Dann nahm er die letzte Etappe in Angriff und fing an, die Erde zurückzuschaufeln. Das war nicht ansatzweise so anstrengend wie das Graben. In einer halben Stunde würde er auf dem Heimweg sein. Und wenn jemand ein Geheimnis für sich behalten konnte, dann er. Er hatte so konzentriert zu dem grabenden Mann hinüber gestarrt, dass ihm irgendwann schwindelig geworden war. Außerdem froh er bis ins Mark, aber er wagte es nicht, sich zu rühren, wagte kaum zu atmen. Deshalb war die Erleichterung groß, als der Mann mit dem grellen, bösen Auge auf der Stirn endlich den Spaten schulterte und davonstopfte. Schon wenige Sekunden später hörte er, wie ein Automotor startete und sah zwei Scheinwerfer aufleuchten, die zu einem Quad zu gehören schienen. Sicherheitshalber wartete er noch ein paar Minuten. Dann stand er auf. Sein Körper war fast zu Eis erstarrt und er konnte sich kaum bewegen. Langsam ging er auf die kleine Lichtung zu, die im Mondlicht vor ihm lag, und holte seine Taschenlampe heraus. Im Lichtkegel war nichts zu erkennen. Der Waldboden war sorgfältig abgedeckt worden. Aber hier, unter dem welten Laub und den braunen Nadeln, war es. Das Grab. Er biss sich auf die Lippe. Irgendetwas war da unten. Das war alles, was er wusste. Aber mehr wollte er auch gar nicht erfahren. Er starrte auf die zarten weißen Finger, die aus den blauen Ärmeln der Winterjacke gekrochen waren. Magnus lehnte mit den Unterarmen auf dem Geländer vor dem Pinguinbecken, die Hände vor dem Bauch verschränkt. Sie waren so klein, diese Hände, feingeschnittene, unschuldige Hände, erst vierzehn Jahre alt, die noch viele Sommer vor sich hatten, in denen sie das Leben kennenlernen und Erfahrungen sammeln würden. Sein Blick fiel auf seine eigenen rauen Pranken, gezeichnet von einem uralten Handwerk, der Krieger und der Junge. Einen halben Meter voneinander entfernt standen sie da und beobachteten die verspielten Pinguine. Durch den Wind, der über den Kopenhagener Zoo fegte, fühlte die Luft sich kälter an, als sie eigentlich war, denn für Mitte Februar waren die Temperaturen überraschend mild. Die gelegentlichen Regenschauer machten es natürlich nicht besser. Er verspürte einen unbändigen Drang, seine Hand auf Magnus' Hände zu legen. Aber aus Schaden wird man klug, deshalb ließ er es bleiben. Und trotzdem, irgendetwas musste er tun, irgendetwas, um das Band zwischen ihnen zu stärken, auch wenn er jetzt schon wusste, dass es schiefgehen würde. Fast beiläufig legte er einen Arm um den Jungen, klopfte ihm leicht auf die Schulter und ließ die Hand dort liegen. Äh, tolle Tiere, was? Fast wie kleine Menschen. Weißt du noch, wie sie heißen? Äh, also die Art, meine ich. Der Junge starrte ausdruckslos vor sich hin und schüttelte den Kopf. Nö. Der Name fängt mit H an. H-U-M. Nö. H-U-M-B-O. Nö. Humboldt-Pinguine. Sie leben in der Antarktis. Es ist die einzige Pinguinart mit diesem fleischfarbenen Rand am Schnabel. Deshalb sind sie so leicht zu erkennen. Es gibt zwanzig verschiedene. Können wir weitergehen, Nils? Mir ist arschkalt und wir haben die schon so oft angeschaut. Magnus seufzte, drehte den Oberkörper und befreite sich von der Hand auf seiner Schulter. Nils. Dieser Name war wie ein Eispicke, der sich jedes Mal in sein Herz bohrte, wenn Magnus ihn benutzte. Am Anfang hatte er den Kampf aufgenommen und Magnus vorgeschlagen, ihn einfach Papa zu nennen. Denn das war er schließlich. Sein Vater. Aber da hatte er die Rechnung ohne seinen Sohn gemacht. Irgendwann hatte er kapituliert. In Wirklichkeit besaß er inzwischen nicht einmal mehr die grundlegendsten Elterneingenschaften. Er befand sich im Nicht-mehr-Vaterland. Eine verdammt unfruchtbare Gegend, entstanden aus Jahren der Abwesenheit, wo keine einzige gemeinsame Erinnerung gedieh. Der Gedanke war wie ein Schlag in die Magengrube. Okay, lass uns gehen. Was hältst du davon, wenn wir noch kurz bei den Wölfen vorbeischauen, Magnus? Er schlug seine Lieblingstiere vor, wohlwissend, dass ein Wolf diesen Tag auch nicht mehr retten konnte. Magnus zuckte gelangweilt mit den Schultern und vergob die Hände tief in den Jackentaschen. So konnte es nicht weitergehen. Er musste sich etwas Neues einfallen lassen. Der Zoo hatte ausgedient, ohne je funktioniert zu haben. Wie schon so oft fiel ihm wieder ein, was er vor ihrem ersten Treffen gedacht hatte, dass der Zoo der perfekte Ort wäre, weil sie draußen an der Luft sein würden, weil man die Plätze, wo zu viele Menschen waren, meiden konnte, und weil er einiges über die Tiere wusste. Am ganzen Leib zitternd hatte er Tiger, Wölfe, Lemuren und alle anderen Zoobewohner angefläht, ihm bei seinem ersten Auftritt als Vater zu helfen. Umsonst. In den drei Stunden damals hatte Magnus kaum ein Wort gesagt. Hatte sich in den letzten acht Monaten wirklich etwas geändert? Sie redeten mehr miteinander, aber die meiste Zeit blieb der Junge verschlossen. Ihm graute davor, wie es in den Winterferien werden würde. Es war nicht mehr lange bis dahin. Er und seine Ex zogen nicht gerade an einem Strang, was Magnus betraf. Sie sahen sich nie. Sie redeten nicht über das Ergebnis ihrer einstigen Verliebtheit. Nur vereinzelt gab es kurze, klärende Telefonate mit Eis in der Leitung. Sie waren Feinde. Für immer. Nichts konnte daran etwas ändern. Trotzdem hatte er Birgitte versprochen, sich in den Winterferien um Magnus zu kümmern, obwohl er nicht an der Reihe war. Wie sollte er auch etwas ablehnen, von dem er jahrelang geträumt hatte, seinen Sohn bei sich zu haben? Er musste sich unbedingt etwas einfallen lassen, um den Supergau in seiner Wohnung in Weihe zu verhindern. Schweigend gingen sie zum Wolfsgehege, blieben auf der Holzbrücke stehen und ließen den Blick über das Gelände schweifen. Es war alles andere als beeindruckend. Ähm, ich lade dich auf einen Hotdog ein, wenn du dich an den lateinischen Namen erinnern kannst, Magnus. Das Angebot wurde mit einem Seufzen und erneut im Schulterzucken kommentiert. War er vielleicht so oberlehrerhaft? Als Junge aus Goffs-Hovit konnte man auch groß werden, ohne sämtliche lateinischen Namen vom Gnu bis zum Geier zu kennen. Na gut, du bekommst auch so ein Hotdog. Lupus. Karnes Lupus. Grau-Wolf. Fantastische Tiere findest du nicht? Magnus brummte irgendetwas Unverständliches und schaute auf seine Uhr. Ist es okay, wenn ich bald nach Hause gehe, Nils? Ich hab ein bisschen Kopfweh und... Und außerdem muss ich noch eine Menge Hausaufgaben machen. Hast du die Nase voll von den Zoobesuchen? Magnus zuckte wieder mit den Schultern. Ähm, ich mag Tiere, aber wir sind immer nur hier. Das ist langweilig. Nur weil du... Ähm, Magnus verstummte. Weil ich was? Was meinst du? Naja, weil es dir nicht so gut geht und... weil es nie besser wird. Nie können wir was anderes machen. Zu einem Fußballspiel gehen oder so. Nur weil du... Weil du dich nicht traust. Ähm, nicht traust? Du magst es nicht, wenn viele Menschen um dich herum sind. Das hast du selbst gesagt. Nicht traust. Er spürte den nächsten Schlag, der genau in seiner Magengrube landete. Schon an einem der ersten Wochenenden hatte er versucht, Magnus die Situation zu erklären. Er hörte sich noch auf der Bank in der Sonne stottern. Ähm, hör zu, Kumpel, ich... Also ich... Ich habe... Ich habe ein paar Probleme, aber... Ich arbeite daran. Er war so offen damit umgegangen, wie das gegenüber einem 14-Jährigen möglich war. So ehrlich, wie man sein konnte, wenn es um den Krieg ging. Krieg gehörte nicht in das Universum eines Kindes. In diesem einen Punkt waren Birgitte und er sich einig gewesen. Für ihren Sohn sollte Nils ein ganz gewöhnlicher Ex-Soldat sein. Ein Soldat wie alle anderen, ihm etwas anderes zu erzählen, wäre Wahnsinn gewesen. Das Profil eines Jägersoldaten und die Dinge, mit denen sich diese Spezialeinheit beschäftigte, hatten im Hinterkopf eines Kindes nichts verloren. Damals auf der Bank in der Sonne hatte er vorsichtig versucht, Verständnis zu wecken, hatte versucht zu erklären, was ein Trauma war, eine Art schreckliche Erinnerung an beängstigende Erlebnisse. Es war nur schwer loszuwerden und nervig, weil es dazu führte, dass man sich manchmal unwohl fühlte, zum Beispiel, wenn zu viele Menschen in der Nähe waren und man das Gefühl hatte, alle gleichzeitig im Blick behalten zu müssen. Oder Lärm, ein lautes Geräusch, das einen erschreckte, als hätte sich jemand hinter einer Tür versteckt und wäre plötzlich mit einem lauten Schrei hervorgesprungen. Und die bösen Träume, die Albträume oder diese seltsamen Erinnerungsfetzen, die sogar am helllichten Tag aus dem Nichts auftauchen konnten, Flashbacks, blitzschnelle kleine Filme einer Situation, die man erlebt hatte, da konnte es passieren, dass man auf einmal ins Stocken geriet, ganz egal, wo man gerade war. So ging es ihm leider, weil er als Soldat gearbeitet hatte, viele Jahre lang, nicht um zu töten, sondern um Menschen zu beschützen. Etwas Gutes zu tun. Aber Magnus hatte das anscheinend anders verstanden. Dass es nie besser wird, das habe ich sicher nicht gesagt. Oder doch? Oder wer hat das gesagt, Magnus? Niemand. Ich dachte einfach, das ist so. Der Junge schützte seine Mutter. Eigentlich war es ja gut, dass er sie nicht verriet. Aber Ochsen hatte nicht zum ersten Mal das ungute Gefühl, dass fleißig eine neue Front hochgezogen wurde, während er auf der anderen Seite versuchte, alte Gräben zuzuschütten. Hier und jetzt, vor dem Alpharüden, der dort drüben durchs Unterholz pirschte, wurde er von der Machtlosigkeit ausgenockt. Vielleicht war der Kampf zu ungleich, um ihn je gewinnen zu können. Es stimmt, dass ich Probleme habe, das habe ich dir ja gleich am Anfang erzählt, aber diese Probleme kann man lösen. Zum Glück. Ich arbeite daran und wenn ich es geschafft habe, dann können wir auch zu einem Fußballspiel gehen. Einigen wir uns darauf, dass wir das mit dem Zoo erstmal sein lassen. Und es ist absolut in Ordnung für mich, wenn du nicht ganz fit bist und jetzt nach Hause möchtest, um deine Hausaufgaben zu machen. Diese Ausreden hatte er schon öfter zu hören bekommen, aber was sollte schon Gutes dabei herauskommen, wenn er darauf bestand, dass ihr gemeinsames Wochenende erst Sonntagnachmittag um fünf zu Ende war, obwohl der Junge lieber zu seiner Mutter zurück wollte. Von mir aus können wir vorher noch den Hotdog essen, sagte Magnus. War das ein Anflug von schlechtem Gewissen? Oder hatte der Junge einfach Hunger? Er liebte Magnus mehr als alles andere. Er musste versuchen, ein paar Schritte zurückzumachen und einen neuen Ansatz finden, eine neue Strategie entwickeln. Sonst würden die Winterferien eine Katastrophe werden. Die Wohnanlage Mjölner Park am Rand von Nörbro, ein Projekt des sozialen Wohnungsbaus aus den 80ern, grenzte im Norden an den Tagenswei, im Süden an den Hotardsplätz, im Osten an die Migotsgä und im Westen an den Mimas Park. Das Areal war nach Mjölnir benannt, dem berühmten Hammer des nordischen Supergottes Thor. Das Besondere an diesem Hammer war, dass er nach jedem Wurf in Thors Hand zurückkehrte. Und genauso zuverlässig kehrte auch die Kriminalität immer wieder hierher zurück, egal wie oft die Gebäudeverwaltung versuchte, sie abzuschütteln. Der Mjölner Park bestand aus knapp 600 Wohneinheiten. Die meisten davon waren drei Zimmerwohnungen. In einer davon hielt sich an diesem Sonntag ein 36-jähriger Bewohner libanesischer Abstammung auf. Er war erst vor zwei Tagen wieder eingezogen, nachdem er fünf Monate hinter Gittern verbracht hatte. Anders als sonst war dem Vorstrafenregister des Mannes diesmal keine weitere Verurteilung wegen schwerer Körperverletzung hinzugefügt worden. Er hatte wegen Hehlerei gesessen. Idris Nasser lag im Bett, nur mit einem Laken zugedeckt. Ihm war immer noch warm nach dem Sex mit der Frau, die neben ihm eingeschlafen war. Der Name Idris bedeutete so viel wie der Männliche und er war ihm absolut gerecht geworden. Er hatte lange durchgehalten. Vollkommen entspannt schaute er an die Decke, die Hände im Nacken verschränkt. Vielleicht sollte er aufstehen. Omar war sicher bald da. Er hatte vor drei Stunden angerufen. Sie hatten sich nicht mehr gesehen, seit er eingebunkert worden war. Kaum hatte er den Gedanken zu Ende gedacht, klingelte es an der Tür. Er stand auf und ging nackt, wie er war, in den Flur, um aufzumachen. Sicherheitshalber warf er einen Blick durch den Türspion. Im Treppenhaus stand Omar in einem weißen Kapuzenpulli. Idris öffnete die Tür und drehte seinem Besucher sofort wieder den Rücken zu, um zurück ins Schlafzimmer zu gehen und sich eine Unterhose anzuziehen. »Fuck you, Bro«, rief er. »Du weißt doch, dass ich am Sonntagnachmittag immer ficke. Ich hatte seit fünf Monaten keine Möse mehr und ausgerechnet jetzt tauchst du hier auf. Was ist los mit dir, Bro?« Er kam feixend zurück und ging ins Wohnzimmer, um Omar zu begrüßen und ihn zu umarmen. Aber Omar war nicht mehr da. Stattdessen starrte er auf zwei vermummte Männer mit schwarzen Sturmhauben und Handschuhen. »What the fuck?« Jeder Muskel seines durchtrainierten Körpers spannte sich. Unwillkürlich machte er einen Satz nach vorn, holte aus und zielte mit der Faust auf den Unterkiefer des Maskenmannes, der vor ihm stand. Aber der Kerl konnte dem Schlag ausweichen, während Idris zu einem Roundhouse-Kick ansetzte und den zweiten Typen mit einem Tritt ins Gesicht zu Boden schickte.